und dann willkommen zurück zu firestorm so ihr seht ja wir haben ja keine der ruhrpanzer oder wie auch immer die dinge heißen ja die müssen das ist ein bisschen spezieller ist ein bisschen spezieller 1 sich auf 2 du musst dich fahren du kannst ruhig stehen bleiben ist alles gut dann rollt jemand aus den häusern raus dann geht jemand mit auf den turm drauf braucht gleich den panzer der muss den turm erfährlich machen normalerweise kommt man hier ganz easy durch kann man sich mit den ganzen kisten hallen aber naja ist ein bisschen anders hier wie viele panzer wir hier durchjagen müssen deswegen ich rate euch macht den turm feuer kaputt es werden genug panzer kommen von der gdi die hier patrouillieren den könnte außen vor lassen aber der ist ganz wichtig dass der wegkommt wir haben kontakt nicht verkaufen nicht verkaufen ja durch gewollte schießt das kann ich nicht hey zum glück haben wir noch kisten zum heilen ähm ich hab euch übernommen wieso kraft ihr mich da noch an so wir gehen mit dir schon mal weiter ja mach mal ruhig ich sag mal durchlaufen den turm ignorieren wir mal ganz gekonnt die kisten nehmen wir noch nicht mit ach da ist er noch entworben ich hab ihn vollkommen vergessen so wer kommt von euch als erster hier durch ganz gerne den neueren nehmen den verschrotten die kommen sogar hier langgefahren das ist sogar sehr gut der kollege was ist mit dir los was ist mit dir nur los es ist schon wieder so lächerlich ne dass man weinen möchte so warten wir mal auf den frischen dann locken wir mal ein bisschen vorne hin ja auch wieder eine mission die man jetzt nicht so überstürzen sollte ich denke mal keine mission sollte man hier überstürzen in dieser mod machen wir alles schön easy going ja wieso ist ja noch nicht ganz wo sind die ganzen banzer was ist denn hier los ja der turm der geht mir am arsch vorbei komm mal mit kollege komm mal mit ja ihr nicht ne ihr geht mal schön woanders lang da kommt noch ein panzer sehr gut sonst ist das immer ganz schön schleppend hier mit so du haust mal ab kollege jetzt erst bekomme ich die normalerweise bekommen die direkt zu das ist irgendwie lächerlich aber gut kann man so ein bisschen schaden anrichten und wie weit wir kommen mit den einheiten mal so die richtung fahren kannst du vergessen das ist unmöglich ey lass mal ne die rohrpanzern rohr hoch so ein trooper ey we hear you we hear you entering combat zone ach es ist wieder jetzt nochmal so mehr ändern wir können auch mal das mal kaputt übernehmen wir mal sofort die oder racken hier warte mal bis bis der weg ist so ziel erreicht perfekt alle sind so glücklich nein 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 fahr auf streife fahr auf streife fahr auf streife lassen sie sich mal teleportieren ich bin für den unsichtbar auch geil fahr auf streife ja ich weiß so wir können den einheiten auch ein bisschen sparsam sein ich hoffe der bug ist hier raus dass ich devastate alle nehmen kann ja jetzt geht's locker hier ja der bug ist mal auch da vier schiffe sind da drei davon kann ich erstmal packen das ist immer wieder lustig es ist immer dasselbe damit jetzt erst kann ich den packen ja der rest der macht was er will ja ich weiß es ist grausam ja ihr geht nach da ihr geht nach da was macht ihr schon wieder hann wieder irgen blödsinn den ihr nicht machen sollt so zack 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 bisschen pushen die einheiten die machen schaden jetzt haben wir direkt hier drauf ja ich weiß da machen sie wieder was sie wollen da unten vollkommen bescheuert und immer da drauf na euch gehts hier soweit gut auch er produziert schön das ist doch schön das ist doch mal weg das ist doch mal weg ja die ach ich hab schon wieder den Namen vergessen ne genau Hammerheads beide wie du so so oft benutzt die linge aber dann vergisst du den Namen davon ich glaub's nicht zack 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 wollte ich noch ein bisschen pushen oh ein Schuss mit dem van Tristen weg äh Herrneid hallo ja wir lassen die mal da unten ja das sind nur so die ersten einheiten die drauf gehen ein bisschen lasse ich die mal ausnahmsweise mal zurück jetzt habe ich das Bau hier wird es viele punkte geben ja einer schon heroisch ja komm ganz mies wenn die auf der Stufe sind ganz ganz mies oh Zone Raider keine Chance weiter ach da war noch ein Kommando ja lustig der Mastermind des Auro hat auch überlebt Perfekt sehr schön